Ist es? Juhu! Haha! Ich komm wegen dahin! Ey nicht du Der dumme Junge der hier gerade rum pickt Kann man hier irgendwo anders Silber finden? Ey sag doch mal was hier Gib mir doch mal hier einen Tipp Ja da haben wir das gleiche Ach man Da ist noch mehr! Juhu! Guck da Hehe Haben wir uns dann selber rein pickt Das geht doch! Das geht doch! Nö Steine da Halt! Stopp! Oh Das gehört mir! So Das sieht mich jetzt ziemlich gefährlich aus. Können wir denn da machen? eine Kerze aufbauen Lali Mann, ne, was ist denn das hier schon wieder? Ich bin hier in der Höhle, ey, warum ist denn hier Sand? Ich hab keine Schippe bei, sorry! Schippe ist Mangelware, ey, du, hast du gehört? Mangelware Da kommst du mit in den Mangel So, Steine kloppen, das gehört zum Beruf dazu, ne, als Häuslebauer Wird nicht einmal gemacht hat im Leben, der ist kein echter Häuslebauer Mann, warum ist denn die so weit weg? Ach, Mann Kloppen wir uns hier durch den Boden Mann, wo ist denn das lo? Da Da ist er Da ist er Blumstli, blumst Ich geh ihn jetzt wegpicken in das wieder Osterland, wa? Da komm ich doch nicht rüber, das schaff ich doch nicht Ja, 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 der schafftet, der schafftet, der schafftet, der schafftet, der schafftet, wir schafftet, wir schafftet, wir schafftet, wir schafftet Äh, ha, ha, ha. Siehste? Silber, Silber, ja! Warum blubbert denn der Tisch und geht ja so hier mal hin? Blub, 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 blub. Ach, sehr ruhig. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Klinglinglingling. Uiuiui. Tiffi, tiffi. Ui. Mann, 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 Mann. Einfach schleiß an Werkzeug hier. Wie ich gar nicht wissen, wie das früher war, alter. Die sich durch den Berg gepickt haben. So wie wir heute. Wir sind bestimmt genauso dämlich, wie wir. Was denn? Ach so. Lapis Lazuli. Lalalala, lalalala, piff. Oder? Ja. Mann. Scheiß blubberne Zeug. Das spritzt doch mal so. Ja, genau. Dummkopf, ey. Mann, ey. Warum muss denn das so tief sein? Ja. Ja, ja, das ist gerade nicht so lustig, du. Es ist ein bisschen heiß hier. Glaubst du nicht, oder? So, jetzt mal. Schmö kann jemand das geräbt. Wie waren wir da schon mal? Das kenn ich schon, hier war ich schon. Mal, glaube ich. Ja, ja, hier war ich, glaube ich, schon mal. Ja, da guck, da, da war ich schon. Ha, ha. Wo ist denn da, weil ich schon, äh, da hab ich aber was fein. Yes, n. Hi, hi, ha. Sorry, ich würde dunkel sein, aber das muss sein. Wir machen das hier nämlich in die Höhle. Höhle. Ah, nicht da reinfallen. Nicht da reinfallen. Ai, 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 ai. Wie komm ich denn da rüber? Scheiß Lava, scheiß Lava, scheiß Lava. Hi, 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 hi. Ui, 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 ui. Da haben wir noch was vergessen. Didi, didi, didi. Alter Vaterheit. Ist ja hier wie eine Schatztruhe. Ui, ui, ui. Bling, 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 bling. Schick, schick, schick. Lalalala. Schick, 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 schick. Ah, oh. Mann, ey, wer buddelt denn hier so ne Löcher, ey. Wer ist denn so blöd? Wer ist denn so blöd? Ey, sag mal. Kann mir das Ina sagen? Wer ist denn bitte so blöd und buddelt da Löcher? Ey. T. So blöd kann er echt nur Ina sein, ey. Mann, 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 Mann. Kohle, Kohle, Kohle. Ui, ha, ha, ha. Juh. Ah, selber. Mann, ey, was ist denn hier los? Denk ich war hier schon. Ist ja alles voll hier. Oh, ho. Klingling. Was hast du denn für... Boah, schnell weg da von der Wand. Ey, da, was hat die denn? Ho. Was hat die denn, ey? Müssen wir uns durch den Berg klatschen hier. Aber schön, die Brücke, die Fackeln aufbauen. Das ist schick. Schick, schick, schick. Plup, 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 plup. Ey, überall, das... Oh, das ist ja wie im Krieg, Mann. Plup, 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 plup. Wird das ja nicht machen, wenn ich koche, Mann. Oh. Ja. Boah, Mann, ey, ist denn lustig hier. Schick, schick, schick. Klingling, 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 klingling. Ja, ja. Was kann man denn eigentlich mit die ollen Level machen? Außer zaubern. Bring die irgendeine was? Wenn ich das hier jetzt baue ewig, dann habe ich dann irgendwann, denke ich mal, jetzt, ho. Junge, 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 das wird so viel an Level-Level-Punkte werden. Ey, du kannst ja nicht glauben. Weil ich... Ich sterbe ja nie. Lustig. Hoppeli, hoppela. Dann nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber... Egal, was das ist da, ne. Was warm haben wir, ey. Das kann uns keiner mehr nehmen. Hö, hö. Klinglinglinglinglinglingling. Schöne Geräusch. Oh, lustig. Ich denke... Wo komm ich denn hier hin? Ey. Ey, wö. Hau doch mal ab hier. Ist doch hier kein Wohnheim. Haut... Ab! Ey, weg! Hat die jetzt meine Kohle geklaut, oder wat? Meins. Die Flickflack-Fledermaus, Junge. Backofenwand SM-Studio. Ja, Mann, ist das lustig. Erde klatschen. Kohle klatschen. Uiuiuiuiui. Tante Emma ist schon wieder wütend. Oh, 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 oh. Wir kommen, wir kommen. Essen ist fertig. Oh, 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 oh. Ist... Bist du gedacht, wa? Ich schlag keine Mäuse. Verbinde ich immer mit Geld. Uuiuiuiuiuiuiui. ui.